Die griechische Regierung hat ein neues Programm zur Linderung wirtschaftlicher und sozialer Probleme im Land verabschiedet. Das bestätigte am Montagabend der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Auch die Finanzierung der rund 200 Millionen Euro kostenden Maßnahmen stehe, so der Finanzminister. Die Details wird die Regierung demnächst bekannt geben. Laut internen Quellen soll das Programm bedürftigen Einzelpersonen und Familien unter anderem mit Beihilfen für Mietzahlungen, kostenlosen medizinischen Behandlungen, der freien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und Essensmarken helfen. Die Maßnahmen sollen sich an Menschen richten, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Für Individuen liegt sie in Griechenland bei etwa 5000, für eine vierköpfige Familie bei rund 10.000 Euro Einkommen pro Jahr. Bei den Essensmarken rechnet die Regierung mit rund 300.000 Bedürftigen.